So Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Noita. Wir haben ja in der letzten Folge bisschen aufs Maul bekommen. Nicht so schlimm wie schon mal. Wieso kriege ich dieses Ding auf einmal mit einem Kick darunter? Geh weg! So doof. Oh oh. Oh Gott. Ich würde dem gerne eine Bombe da reinwerfen. So. Nein! Weg, 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 weg. Ich bin zwar tot, aber ich stehe wie eine Eins. Das darf ja jetzt wohl nicht wahr sein. Wird ja jetzt wohl irgendwie klappen. Oh, nein. K zapche. Toll! Ach, das ist einfach nur der Fackelzauber. Naja. Ich muss was versuchen. Ich habe nämlich was gelesen und das will ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob es klappt. Oh, das ist eine Säule. Ja! Kann sein, dass ich noch irgendwas machen muss. Es gibt nämlich eine Secret Area. Werde ich gerade von einer Armee von Landfischen attackiert? Ja gut, das ist nur Wasser und das sind normale Fische. Da brauche ich glaube ich keine Angst zu haben. Außer wenn es doch keine normalen Fische sind, sondern Fleischfresser. Ich denke, ich hätte noch was anderes machen müssen. Verdammt! Und das? Verdammt! Wüste! Ist das nicht das Gebiet, das ich gedacht habe? Aber... Oh Gott, nein, 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 geht weg! Vermut mal, wenn ich irgendwann zu lange in diese Richtung laufe, wird ein riesiger Wurm oder sowas kommen. Oh, da ist passiert einfach gar nichts. So einen Sandwurm würde ich cool finden. två, wüste! T. 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 Pyramide, ernsthaft? Erdbeben, kann natürlich jetzt hier meinen Tauber nicht umrüsten. Die Vibrationen da gerade gefällt mir gar nicht. Find ich cool, dass ich euch das jetzt noch zeigen kann. Nein, das ist glaube ich eine Falle. Der Kaktus fällt. Also dass das Spiel tief ist, wusste ich ja, aber dass es noch so breit ist. Aber irgendwann wird man ja wohl zu irgendeinem Ende kommen. Okay. 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 Ah ja. Okay, es ist ja nicht nur tief, es ist auch ziemlich hoch. Okay, Welt steht Kopf. Oh. Nein. Nein. Fuck. Fuck it. Okay, ich bin hier irgendwo an einem... Verdammt, jetzt bin ich hier angekommen und hab nichts mehr. Kann ich durch Sturzschaden sterben? So. Ah. Mist. Mist, 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 Mist. Das heißt, ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg zurück, da passiert einfach nichts. Leute, ähm, ja. Das erste Mal wird eine Folge beendet, wo ich nicht tot bin. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wir haben jetzt das Gebiet gesehen, ihr könnt es ja mal ausprobieren und wenn ihr wisst, was da ist, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Also macht es gut, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.